Guten Tag, Bruder und Schwester, ich heiße Donald, ich habe ein Zeugnis, das ist mein Leben, der Herr hat mich geheilt. Wovor hat er mich geheilt? Von der Welt, vom Dieb, von Lüge. Ich habe früher in Italien gelebt. Ich war jeden Tag in der Welt, mit Markenklamotten, ich habe nichts mit Jesus zu tun gehabt. Wenn ich ihm sage, dann lasse er, er ist heilig. Ich will ihn gar nicht hören. Lüla, er ist zu heilig. Ich habe mich halber Gott genannt. Wir haben geklaut, Autos gekauft, gemacht, was wir wollten. Ich war verheiratet, hatte schon eine Tochter, zweite auch. Ich wollte jetzt große Geschäfte machen. Wie in Burkanecetan. Wie in Burkanecetan. Wie in Burkanecetan. Genau. Ich war in Abidjan, ich montere meine Arbeit, ich habe angefangen, mein Business zu machen. Ich mache, was ich will. Wir treffen uns jeden Tag mit Politiker, mit Polizisten, um was zu bekommen. Meine Frau war in Italien. Ich war verheiratet, ich habe gesagt, ich scheide. Du möchtest dann bitte, ich suche Geld. Weil wenn du Geld hast, hast du die ganze Welt. Ich habe meine Kinder verlassen. Ich habe eine andere Frau genommen. Ehe, Hochzeit. Deux Marriages. Zwei Hochzeiten. Ein Mann machaik. Ein Mann machaik. Zwei Ehen. Ich komme nach Europa zurück. Da passiert etwas. Ich komme nach Deutschland, um Autos zu kaufen. Ich achete au moins 70.000 Euro. Also um 70.000 Euro. Also geklautes Geld. Ich habe in mir etwas gehört, es hat mir gesagt, du wirst aufhören. Aber für mich, ich dachte, das war nur ein Witz. Ich habe gesagt, ich habe das in mir gehört und ich habe diese Stimme gesagt, ich werde nicht aufhören. Die Stimme hat mir gesagt, dein kleiner Bruder, dein Abijanis, wird fallen. Ich sage ihm, er wird fallen. Ihr seid zu hoch. Er wird fallen. Und ich habe mir gesagt, was ist das für eine Stimme, die in mir spricht. Ich habe mich hingelegt. Wie jeden Tag, die falschen Christen. Vater unser. Als man mich gefragt hat, habe ich gesagt, ich bin Katholik. Ich wusste nicht, was mir passieren wird. Ich habe sie drei bis vier Jahre lang verlassen, meine Familie und meine Frau. Und dann rufe ich meinen Bruder an. Ich habe mir gesagt, Bruder. Diese Stimme hat mir gesagt, dass er Gott ist, aber ich habe ihm gesagt, Gott hat mir gesagt. Du wirst fallen. Also ich bin nicht mehr, wir arbeiten nicht mehr zusammen. Also er hat mir gesagt, du wirst fallen. Ich habe mir alles gegeben und bin nach Italien gefahren. Und wir haben uns umgetauscht. Ein meiner großen Brüder aus Abijan hat mich angerufen. Petit Fräi. Die zweite Ehe, die du gemacht hast in Abijan. Die haben das abgelehnt. Du hast schon mal verheiratet, aber diese Frau weiß. Du hast schon mal verheiratet, aber diese Frau weiß es doch. Sie weiß es doch. Viele kämpfe mit Zeugiober. Aber ich habe sie geholfen. Weil der Mann, der mir geholfen hat, habe ich es nicht angenommen. Wenn du mir von Zeugiober sprichst, sagst du nein, danke. Ich habe meine Frau um Verzeihung gebeten, meine Kinder auch. Wir waren dort in einer Gemeinde. Der Herr hat mir gesagt, du sollst rausgehen. Und als wir rausgegangen sind, war die Katastrophe. Und ich habe mir geholfen, dass ich nicht rausgegangen bin, um zu sagen, ich mache mein eigenes Leben. Meine Frau hat mir gesagt, du hast eine Aufmerksamkeit bekommen, du wirst Pastor sein. Und als ich nach Deutschland gezogen bin, hat mein Mann gesagt, du bist Pastor. Und ich habe gesagt, Herr, ich bin ein Dieb. Du wirst wieder anfangen zu klauen. Ich habe mir gesagt, meine Frau, ihr werdet nicht zu sagen, die Pastor sein, ich bin ein Dieb. Ich habe mir gesagt, ich bin ein Dieb. Ich habe mir gesagt, ich bin ein Dieb. Ich bin ein Dieb. Ich bin ein Dieb ich in meinemיתischen Kommissar. Ich bin ein Dieb. Ich habe mir gesagt, ich habe einen Dieb. Ich habe gesagt, ich möchte nicht, ich bleibe meine Ecke. Ich habe nicht von der Pflicht, ich habe nicht zu meinem Licht geholt. Ich habe mich berufen, ich habe mich berufen, ich habe mich verstanden. Und depuis longtemps, ich mache, mein Seigneur, ich laufe mit dem Herrn alleine. Personne m'a enseigné, pour que moi, j'entende ce message. Quand j'ai vu le message, c'était une confirmation. Voilà le message que Dieu me parlait. Das ist die Botschaft, die Herr mir gesprochen hat. Parce que pour avoir le témoignage, nous, on était en discussion. Also, bevor wir die... Je disais, la dim on paye, paye, die on paye, die on paye pas. Ich habe ihr gesagt, wir bezahlen keine. Non, on dit, die on fait rien dort. On dit, salai, die du, die seigneur, die on fait rien. Ich habe gesagt, wir machen nix. Ich dis, bon, si on fait rien, donne toi-même. Erbelegst du? Bon, tout le monde dit en Italie, que on doit, toi, tu n'aimes pas Dieu. Alle Leute werden denken, du liebst. Moi, j'ai abandonné 70.000 Euro. Ich habe 70.000 Euro verlassen. J'ai abandonné Maison. J'ai abandonné les femmes. J'ai abandonné tout le monde. Je suis venu vers toi. Je suis venu vers toi. Et tu me dis, bon, je suis en train de mentir, je ne ment pas. Demande à ton Dieu lui-même, qui me a dit. Et demande lui. Et demande lui. Donc, en demandant à Dieu, comme Dieu se présente, c'est un Dieu qui parle. Il a ouvert la bouche de ses enfants. Il a ouvert la bouche de ses enfants. On a regardé sur internet. La vérité circulait. Die Wahrheit. On dit la dim, non. On dit la dim, non. Dot, non. Ici, non. Das, non. Dieu dit toi, ce que tu veux prendre dedans. La sanctification. Lass as-tu d'un, n'y m'a dit, 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 n'y m'a dit. Il m'a guérit. Er hat mich geheilt. Er hat mich geheilt. Il m'a guérit. Je béni de Seigneur Jesús. Je留be des Saints pour tous ses messages pour son pardon. Ermi me guérit. Er me guérit. Il est dign que Dieu, j'alline. Je n'all je sais pas, qu'un jour moins, j'all pourcuit me retourner. Je n'allais pas d'un jour. J'all. Parce que je la déteste, de tout mon cœur. Aber ich habe sie gehasst von meinem ganzen Herzen. Ich habe mir gesagt, nein, ich habe mir gedacht, ich habe mir gedacht, ich habe mir das Geld. Aber heute, wo ich parle, die Leute, die mich in Deutschland kennen, wo ich mich füge, ich habe keine Freunde mehr. Ich habe mich gefragt, warum habe ich keine Freunde? Vor zwei Wochen. Ich habe dir ein Manteau, ich habe mir gesagt, ein Manteau, das ist gut. Ich habe mir gesagt, du kriegst eine Yacht. Ich habe mir gesagt, ich habe mir gesagt, ich habe einen Manteau. Ich habe mir gesagt, ich habe einen Manteau. Ich habe mir gedacht, ah, das ist gut. Ich habe mir gesagt, aber das Manteau, ich gebe. Das ist ein Manteau vom Chamäu. Ich habe mir gesagt, ah, and es ist Jean-Baptiste. Das ist Johannes. Ich habe mir gesagt, ja, kein Problem. Ich hätte mir gesagt, ich hätte meinen Manteau. Ich habe mir sagen, ich habe meinen Bruder, die mich stellen. Ich habe meinen Bruder. Es hat meinen Bruder, die wir uns sprechen. Das ist mir so. Es hat mich nicht daran gemacht. Ich habe die Welt verlassen. Ich gehe zu Jésus. Ich gehöre zu Jesus. Aber heute bin ich sehr glücklich. Und ich mag, wenn es keine Kämpfe gibt. Ich suche nur die falschen Christen. Damit es Kämpfe gibt. Warum sagen wir, dass Jesus glorifiziert das alles? Weil wenn wir uns in der Schiene kämpfen, ist es nicht im Fleisch, aber im Geist. Ich danke den Herrn. Und ich sage Ihnen immer, danke für alles, was er für mich gemacht hat. Danke, Jesus.